Unser Kopf lässt sich genauso trainieren wie unser Körper. Ein paar einfache, regelmäßige Übungen können genügen, um die geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren. Verbringen Sie ein bisschen Zeit mit Ihrem Kopf. Er wird es Ihnen danken. Dr. Kawashimas Gehirnjogging und jetzt auch Dr. Kawashima mehr Gehirnjogging mit vielen brandneuen Übungen. Nur für Nintendo DS.